Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Bewerbung auf den Punkt gebracht. Mein Name ist Jan Steffen und ich freue mich, Sie heute durch unser Programm führen zu dürfen. Wir sind zu Gast in der Sparkasse Bremen und das ist mir eine besondere Freude, Marit und Petra vorzustellen. Liebe Petra, herzlich willkommen, liebe Marit, schön, dass ihr da seid. Petra, magst du ein bisschen was über dich erzählen? Sehr gerne. Ja, ich bin Petra und bin hier in der Sparkasse zuständig für den gesamten Bereich Ausbildung, bin also hauptberufliche Ausbilderin. Ich darf mich ausschließlich um das Thema Ausbildung kümmern, bin für die Organisation zuständig, für die Kontakte zur Berufsschule, für Schulveranstaltungen, aber eben halt auch für die Durchführung von Seminaren, jeder Art. Das ist mein Aufgabenbereich. Ganz schön strammes Programm, oder? Gerade heutzutage die Anforderungen steigen, da haben wir uns so gut beschäftigt. Ja, und es ist nie langweilig, jeder Tag ist individuell, aber das macht es auch irgendwie aus. Marit, magst du dich einmal vorstellen? Mein Name ist Marit, ich bin Senior Personalreferentin im Personaleinsatz. Ich bin zuständig für das Azubi-Recruiting, bedeutet alle Azubis in allen Bereichen werden einmal bei mir vorgestellt und ich mache die Einstellung. Ich begleite die Azubis bis zur Einstellung am 1.9. und dann gebe ich sie an meine Kollegin ab. Das bedeutet, jeder Azubi muss an dir vorbei? Das stimmt, jeder muss mich überzeugen. Wow, das ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Das stimmt. Und gerade in so einem ja doch komplexen Ausbildungsbereich, in dem wir uns hier befinden. Wir sind nämlich hier in der Sparkasse, im neuen Gebäude und ich bin ganz aufgeregt, das ist ein wunderschöner Ort. Magst du ein bisschen was darüber erzählen, wo wir hier gerade sind? Ja, wir sind in der Uni-Nähe, sind hier in unserem neuen Gebäude, sind in einer der Beratungskurben. Jede Beratungskurbe ist individuell gestaltet. Wir haben hier gerade so im Background den Bürgerpark, haben modernste Technik hier und wir sind seit roundabout zwei Jahren jetzt hier eingezogen und fühlen uns mega wohl, weil wir hier individuelle Räume haben, ganz unkompliziert zusammenarbeiten können. Es gibt keine festen Arbeitsplätze, sodass wir ganz viel Kontakt miteinander haben und das erleichtert das Arbeiten unheimlich. Ja, ich darf das offen so sagen, als ich hier angekommen bin, ich habe ja auch meine Erinnerungen an Banken und ich war sehr positiv überrascht. Also sehr offen, sehr, spricht auch für eine agile Unternehmenskultur, die man spürt, wie du auch sagst, keine festen Arbeitsplätze und deswegen sind wir sehr dankbar, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Sehr gerne. Wir möchten heute mit euch über das Thema Berufseinstieg, Berufsorientierung und Recruiting sprechen und Marita, das ist meine erste Frage an dich. Wenn du sagst, man muss an dir vorbei, muss man ja erstmal den Weg zu dir finden. Das stimmt. Und aus Erfahrung weiß ich, dass es heute nicht mehr nur reicht als Arbeitgeber eine Stellenanzeige in die Tageszeitung zu setzen und dann darauf zu hoffen, dass die Kandidaten in die Bude einrennen. Sondern wie sucht ihr Personal? Also was macht ihr konkret, um überhaupt Auszubildende zu erreichen? Wir müssen sagen, die Oldschool-Variante über Zeitung machen wir teilweise auch, aber nicht um die Jugendlichen zu erreichen, sondern um die Eltern zu erreichen, weil die noch Zeitung lesen. Aber um die Jugendlichen zu kriegen, haben wir uns dieses Jahr ein neues Modell überlegt. Wir gehen einmal über Radiosender, wo wir einen Spot haben. Wir sind viel in den Social Media unterwegs, sei es TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, wo wir unsere Werbung schalten, um da wirklich an die Jugendlichen ranzukommen. Und das funktioniert auch. Das haben wir in diesem Jahr gesehen. Da erreichen wir die Jugend. Wow, also da seid ihr ja richtig innovativ. Gerade wirklich auch, was du sagst, dass ihr unterschiedliche Kanäle bespielt, um eben die Zielgruppe, aber auch die Eltern zu erreichen. Denn, wie man weiß, sind die Eltern nicht unwesentlich an dem Entscheidungsprozess beteiligt. Genau. Super. Jetzt hast du eben gesagt, man muss an dir vorbei. Und das heißt, die Anzeige, die neuen Recruiting-Wege hat den Kandidaten erreicht. Jetzt muss man an dir vorbei. Wie kann ich mir dann so den weiteren Ablauf vorstellen? Also was passiert jetzt mit mir als Interessent, der bei euch an der Ausbildung beginnen möchte? Wir haben auch da zwei Konzepte entwickelt. Es gibt das altertümliche Konzeptrichtung. Wir machen einen Einstellungs-Test, wir machen Vorstellungsgespräche, wir lernen uns kennen. Aber auch das ist nicht mehr, dass wir sie ausfragen, sondern wir wollen den Menschen gegenüber kennenlernen. Wir machen Werbung für die Sparkasse, was wir bieten für die jungen Menschen. Und sie sollen überzeugen, was sie uns bieten können. Und dann haben wir noch das Konzept des Speed-Recruitings. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie so ein Speed-Dating. Wir sind in einer Filiale, in einer Stadtteil-Filiale, damit die jungen Menschen das Konzept, diese Moralität und Agilität einmal sehen können live. Wir haben bis zu 30 Vorstellungsgespräche innerhalb von vier Stunden. Ein Gespräch dauert immer so 30 Minuten. Und die Azubis kriegen gleich am selben Tag den Ausbildungsvertrag und können noch ein bisschen Zeit mit uns verprägen. Unsere alten Azubis sind noch da, unterhalten sich, geben Tipps nochmal vor den Gesprächen. Und da haben wir zum Beispiel vor vier Wochen 13 Azubis an einem Tag eingestellt. Das muss man auch erst mal schaffen. Wow! 13 Ausbildungsverträge direkt vor Ort. Da kann ich mir vorstellen, wenn wir zu dir kommen wollen, Petra, da kann ich mir vorstellen, dass da nach so einem Tag, wo ihr die Verträge dingfest gemacht habt, viele, viele Fragen bei den Auszubildenden vielleicht noch sind. Wie geht es weiter? Viel Interesse und wie dann auch der Auszubildende ins Unternehmen on-boardet wird. Also wie es weitergeht. Da kommst du ins Spiel, wenn ich das richtig zusammenfasse. Ja, ganz genau. Und wir warten auch nicht so lange, bis der Azubi tatsächlich zum ersten Neunten bei uns anfängt, sondern wir haben vorher noch eine Möglichkeit, wo wir ganz bewusst den Kontakt zu den jungen Leuten suchen, um die Zeit zu überbrücken. Weil das ist auch eine Gefahr, dass uns vielleicht bis dahin, Einstellungstermin war vielleicht oder was heißt die Einstellung, ist dingfest, vertraglich festgemacht worden zum 1.4. und der Start der Ausbildung ist zum 1.9. Da liegen unheimlich viele Monate dazwischen. Da kann so ein junger Mensch vielleicht auch mal auf die Idee kommen, was anderes zu machen. Vielleicht kriegt er noch irgendwas, was im ersten Moment spannender ist oder sich ganz anders umorientieren. Und deswegen ist uns wichtig, dass wir Kontakt halten. Das heißt, wir haben eine Art Kennenlerntreffen, wo wir uns austauschen, wo unsere Kollegen vom Mitarbeiterbanking noch mal präsent sind, mal eben vorstellen. Wir haben ein Girokonto für dich, wir haben das Konto mit einer coolen Karte, Onlinebanking, das wird schon mal alles vereinbart. Dann gibt es auch schon mal ein paar Informationen zur Sparkasse. Und dann treffen wir uns nämlich am 1.9. zu einem zweiwöchigen Onboarding hier in diesen Schulungsräumen, um wirklich die jungen Leute abzuholen, ankommen zu lassen. Weil das ist schon eine unheimliche Umgewöhnung von der Schule in den Ausbildungsbetrieb. Du bist vielleicht da sechs, acht Stunden mit größeren Pausen und hier bist du dann acht Stunden und mal ein bisschen mehr. Und damit die, ja ich sag mal, diese Gruppe auch zusammenwächst, hier gut ankommt, gibt es mindestens ein 14-tägiges Onboarding. Das kann auch mal vielleicht ein, zwei Tage länger sein. Die Zeit nehmen wir uns, um uns kennenzulernen und ja, damit die Azubis auch hier wirklich sich wohlfühlen und auch sicher fühlen. Ich bin wirklich tief beeindruckt, weil genau so funktioniert es ja, also die Menschen schon von vornherein, also die Auszubildenden von vornherein ans Unternehmen zu binden. Und wie kommt das an? Absolut, das kommt unheimlich gut an. Du merkst schon so in den ersten Tagen, da ist eine große Unsicherheit. Was erwartet mich hier? Aber ich glaube, das erste, was schon eine große Rolle spielt, wir duzen uns alle. Das fällt den jungen Menschen am Anfang ein bisschen schwer. Die sind ein bisschen überrascht, wie komisch Bank hier eigentlich unterwegs ist. Das dauert auch ein bisschen. So, aber das ermöglicht ein relativ gutes und schnelles Vertrauensverhältnis. Und auch wenn die Azubis dann in den Filialen sind, die können relativ schnell wirklich mitarbeiten. Und wir haben eben halt hier auch eine Riesenchance über Projektarbeit, dass auch die Azubis gleich sofort in Projekten mitarbeiten können. Das überrascht sie, aber die können sich kreativ einbringen. Und gerade so dieser Blick, sie kommen von außen, haben wenig so eine klassische Sparkassenbrille auf und das brauchen wir, weil die hinterfragen ganz bewusst Dinge, was uns vielleicht an manchen Stellen irgendwann mal verloren geht. Dir noch nicht, du bist Gott sei Dank noch nicht so lange da. Aber das macht es einfach aus und da haben die Spaß dran und das ist auch sogar ein Bestandteil der Ausbildungsordnung, dass sie selbstständig Projekte übernehmen und da haben wir eine Menge von. Das heißt, wenn ich als Auszubildender bei euch anfange, ich erinnere mich an meine Ausbildung, da hieß es, Lehrjahre sind keine Herrenjahre und ich habe sehr intensiv den Hof gefegt. Ich kann Sachen mit dem Kopierer, ihr werdet mich beneiden, aber viel an Projekten durfte ich nicht arbeiten. Das heißt, bei euch nach einem intensiven Onboarding kann man auch direkt mitmachen und sich auch wirklich einbringen und man findet auch Gehör, was die Meinung angeht. Also... Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auch gerade so der erste Einsatz nach dem Onboarding ist immer in unseren Filialen, weil da kommt tatsächlich jeder Kunde hin. Das ist so der Ankerpunkt. Da findet praktisch das komplette finanzielle Leben statt und da ist auch der erste Einsatz von unseren Auszubildenden. Die gucken in den ersten Tagen den erfahrenen Kollegen so ein bisschen mit über die Schulter. So und je nachdem wie mutig jemand auch ist, dann kann er auch schon am zweiten, dritten Tag die ersten Aufgaben selber übernehmen, aber es ist immer jemand an der Seite. Da steht keiner alleine und verlassen und wer es möchte, geht ein bisschen früher alleine auf Kunden los, immer mit jemandem im Background. So und wenn jemand ein bisschen mehr Zeit braucht, dann sind auch ein, zwei Wochen völlig in Ordnung, wenn man sich das erstmal anguckt aus der Distanz und dann selber aktiv wird. Also da gucken wir auch, wie jemand selber einfach so drauf ist. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass, oder ich weiß es aus eigener Erfahrung, auch der Start ins Berufsleben ist nicht einfach. Ich komme zum Beispiel aus einem kleinen Ort, einem kleinen Vorort und muss dann in die große Stadt Bremen ziehen. Kann man sich da als Auszubildender oder als Auszubildende auch an euch wenden? Also unterstützt ihr, dass ihr sagt, klar wir gucken, helfen ihr bei der Wohnungssuche oder ein WG-Zimmer zu finden oder irgendwas. Also findet man in euch auch einen Ansprechpartner über den eigentlichen Ausbildungsrahmenplan hinaus? Ja, also wir haben jetzt zum Beispiel gerade einen Auszubildenden aus Malaga eingestellt. Der hier in Bremen sich so überhaupt noch gar nicht auskennt, der hat einfach mal gefragt, wie sind die Stadtteile, wo kann ich zum Beispiel mal suchen und mit dem haben wir uns dann ein paar mal telefonisch zusammengesetzt, dem so ein bisschen Bremen erklärt, wie das so funktioniert bei uns. Da haben wir unterstützt. Beim Onboarding haben wir, erklären wir unser BGM zum Beispiel, was kann man machen, was haben wir für Hilfen, sei es O-Tab, also psychische Hilfe, die jetzt Unterstützung, die jeder Azubi auch mit annehmen kann, sei es im Privat- oder beruflich einfach mal Probleme da sind. Wir haben beim Kennenlern-Treffen, die Bar mal mit dabei, die macht so eine gesunde Ernährung, dass man einfach mal darauf achtet, was kann ich essen, was macht mich vielleicht auch müde mittags, was ist vielleicht nicht ganz so clever, tagsüber zu essen, damit man ja auch so ein bisschen die Ernährungsbewusstheit Wow, ja das sind ja auch Dinge, die man vielleicht als junger Mensch, der das erste Mal von zu Hause ausgezogen ist, als Beispiel, gar nicht so weiß und ist ja dann häufig auch die Tiefkühlpizza näher als alles andere und deswegen sehr hilfreich. Ja, wir kochen zusammen dann, bereiten gesunde Wraps zu, ein gesundes Frühstück, das kam im letzten Jahr Megaklasse an und so, wir haben auch eine super gute Jugend- und Auszubildendenvertretung, die sind natürlich vom Alter her dann nochmal eher auf der Augenhöhe der neuen Auszubildenden, so aber auch, wenn das Vertrauensverhältnis sich so langsam entwickelt hat, dann sind wir auch Ansprechpartner für alle Fragen und tatsächlich für alle Fragen, das überrascht uns manchmal, was da für Fragen kommen, aber letzten Endes sind wir total begeistert, dass sie auf uns zukommen, ein Vertrauensverhältnis aufgebaut haben, so weißt du, wie es jemandem geht und es läuft nicht immer alles geradeaus und gerade dafür ist das mega wichtig, dass wir da echt im engen Austausch sind, weil es können so viele Dinge passieren, man glaubt gar nicht, was alles, aber wenn sie eben halt mit uns reden, dann finden wir für alles echt immer eine Lösung und das ist, glaube ich, ziemlich gut. Und ich als Elternteil wäre total beruhigt, wenn das dann auch, ja, wenn die eigenen Kinder in einem solchen Unternehmen jetzt auch dann auf ihre Ausbildung einfach machen und gut aufgehoben sind. Ja, spricht ja für euch, dass man sich dann eben auch traut, in Anführungsstrichen, sich an euch zu wenden. Ich habe eine kleine Zwischenfrage, die würde ich dir noch stellen und zwar, man muss ja an dir vorbei und jetzt kann ich mir vorstellen, dass nicht jeder Schüler oder jede Schülerin ein Einser-Kandidat in Mathe ist, aber natürlich ist, weil in der Bank sind Zahlen wesentlicher Bestandteil des täglichen Werkes. Wie sieht das aus? Also muss ich, was muss ich in Mathe können und ab wann darf ich mich trauen, mich zu bewerben? Die Note ist gar nicht ausschlaggebend. Also ich kann auch ganz eilig sagen, wir haben einen Azubi eingestellt mit einer fünften Mathe, der hatte Stochastik und wir wissen alle, das braucht man nicht. Also Prozentrechnung, Dreisatz, die gängigen Rechenarten sind sehr wichtig. Die fragen wir auch immer ab im Test oder auch mal eben im Bewerbungsgespräch, dass man mal eben 20 Prozent ausrechnet, was ich finde jeder können sollte. Also von daher, wenn die Grundrechnung, Arten, Dreisatz, Prozentrechnung funktioniert, darf man sich bewerben. Wow, super. Eine letzte Frage habe ich noch und zwar, wir stellen halt generell fest, dass das Thema Nachhaltigkeit in der herangewachsenen Generation, die heute in den Beruf einsteigt, ja zunehmend an Bedeutung gewinnt und es eben auch Annahmen gibt oder auch Studien darüber gibt, dass der Dienstwagen als Beispiel, als Statussymbol in gewisser Weise an Bedeutung verliert, sondern man eher auf Mobilitätskonzepte durch Carsharing setzt und ja alternative Mobilitäten oder eben auch papierloses Büro zum Beispiel. Was macht ihr im Bereich Nachhaltigkeit, was ich als Auszubildender spüre schon direkt? Also seid ihr da aktiv? Definitiv. Also den Fuhrpark wirst du bei uns auch nicht finden, den haben wir abgeschäft. Sogar Dr. Tim Nesemann, unser Vorstandsvorsitzender, kommt mit dem Fahrrad zur Arbeit, was die Azubis auch immer mitkriegen und auch auf ihrem Instagram-Kanal schon mal einmal gepostet haben. Dann haben wir ein papierloses Büro, alle unsere Azubis kriegen einen Dienst-iPhone, was sie auch privat nutzen können und ein iPad. Das heißt, alle Seminare, Weiterbildung und auch wenn man mit dem Kunden spricht, wird nicht mehr auf Papier mitgeschrieben, sondern digital auf dem Tablet, man spielt es gleich über auf dem PC, hat alle Daten zusammen und wir tun sowas. Einmal für die Umwelt, sind digital super unterwegs und das machen wir. Unser Gebäude hier ist super nachhaltig gebaut. Bei den Filialen, die wir umbauen, setzen wir da auch drauf. Also da kriegt man als Azubis sehr viel mit und auch als Kunde. Klasse, ganz herzlichen Dank. Mit diesem wunderbaren Schlusswort und diesem tollen Ausblick möchte ich mich ganz herzlich für die Gastfreundschaft bedanken, die wir hier erleben durften. Vielen Dank für das Gespräch und Ihnen ganz herzlichen Dank für unsere letzte Folge Bewerbung auf den Punkt gebracht. Mein Name ist Jan Steffen, alles Gute. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank.